hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten part von team fortress 2 so wir gehen ins rote team und was machen wir heute den medic hatten wir im vorigen part ja still gestanden und so stramm gestanden und heute den sniper so was haben wir denn da eine maschinen oder so oder eine sniper natürlich und ich habe einen tipp gekriegt man muss beim zielen lange halten und dann ladet sich da rechts was auf und dann ist glaube ich nur ein hit wenn man dann schießt wenn da lädt sich doch was auf denn und der frühstück erst mal sein irgendwas mal gucken ob wir ein paar kills machen ich bin nicht hier so wirklich der sniper everking irgendwie aber mal gucken jawoll den ersten kill also mein lieber man da freue ich mich aber die kommen alle so und es macht ein sniper ich dachte schon der hier hat mich erledigt okay wie man sieht bin ich der absolute sniper nun ich komme einfach nicht klar mit dem sniper mal gucken was wir hier so reißen und auch alles mit dem sniper aber ich will rein was ist das ich komme gar nicht mehr da rein ja komm mit deinem banzai schwert oder was auch immer ach man haben eigentlich gegenstände für die klasse sag mal wir hatten doch gegenstände für die klasse die bombe nähert sich einem kontrollpunkt benutzen ich weiß immer noch eigentlich überhaupt nicht wie man sachen benutzen kann es geht gar nicht klar geht doch kein headshot aber headshots kriege ich eh nicht so wirklich hin naja komm naja mit der sniper klasse werde ich auf jeden fall wie man sieht überhaupt nicht gut abschneiden weil ich auf jeden fall gar nichts reißen werde ich höchstens so zehn punkte oder so erreichen echt ich bin ein absolutes sniper ever noob irgendwie geht gar nicht klar sehr toll ich weiß nicht warum bis ich mich jetzt gerade gekillt habe oder was überhaupt ich weiß nicht was da gerade explodiert ist ach so wenn man glaube ich den karren dahin bringt explodiert irgendwas und das hat mich anscheinend gerade gekillt ok hab's verstanden naja werden wir weiter mal versuchen mit der sniper klasse irgendwas zu reißen irgendwas jedenfalls und gleich müssten ja auch die roten typen her kommen das stimmt ok wir haben auch noch ein messer hier das kann man eigentlich noch machen alles das war's eigentlich glaube ich schon der kann nur sein strahl hier auffüllen da rechts sieht man denn dass es sich auffüllt und dann ist glaube ich immer ein one hit leider kann ich ja nicht durch das gitter hier schießen aber mal gucken ah über hewie klasse das freut mich ja ich glaube ein hewie kriege ich nicht gleich sofort down kann ich mir nicht vorstellen dass das gleich ein one hit ist deswegen die haben ja äh gesundheit bis zum geht nicht mehr aber mit einem headshot beim hewie und dann ist noch aufgeladen ich glaube das ist ein one hit glaube ich ich weiß nicht auf jeden Fall versteckt sich da ein hewie 5 4 3 2 1 auch da noch irgendwo auch da ne na klar war ja klar ich muss ja immer schön daneben schießen und der wird geheilt ok wir haben es eh schon abgekackt ach ist das geil eh super oh ja ein kill na geil und gleich werde ich selbst gekillt bestimmt pass auf irgendwer killt mich hier gleich ich weiß das schon ah oh ah du miese ratte ey ja hock raus ey die Bombe bewegt sich nicht ich brauche Health ich brauche Health ich brauche Health 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 da war ein Sniper irgendwo da oben besser gesagt er ist immer noch da oben wieder ein Hit gemacht boah schieß dich einfach mal daneben jetzt aber nicht die Lohre steht einfach da oh ja schieß deine Raketen überall hin freut mich ja sehr komm lad auf 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 ah da war ja grad oh yeah aber wieder nur ein Assist Punkt ich will mal einen allein killen hier so dürfte ich das mal da ist mir einer da ist mir einer komm schon oh der war doch der war glaube ich auch sogar aber kein one hit leider nur super geschossen super super oh er war doch drinnen oder wurde der hä er hat keinen hin gekriegt was soll der kack wahrscheinlich war ich denn schon tot na komm wähl aus danke oh man das ist einfach nur ein großes Gefälle was ich hier mache das geht doch gar nicht mal klar hä war das grad ein Feind ja oh man ja geil auf der Klasse freue ich mich am meisten schon wenn ich einen Speich spiele ey darauf freue ich mich schon ganz ehrlich die scheiß Lore bewegt sich nicht von allein ja dann bewegt sie mal die scheiß Lore wenn sie sich schon nicht von allein bewegt ok ich lade eben mal auf ich habe keine Gesundheit mehr also noch einen hit vom Sniper und ich bin da unten da war gerade irgendwo ein Spy ah ok oh man wohin wohin die Lore nähert sich einem Kontrollpunkt ich habe aber auch gar keine Gesundheit mehr ich müsste mir mal irgendwie einen Medic Kasten nehmen oder so ich werde gleich eh daneben schießen ich weiß das schon aber klar ok hier spawnt glaube ich Gesundheit wegen hier spawnt auch Munition oh Gott und hier geht's ab lad auf lad auf lad auf na 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 wo ist einer man ich sehe hier gar keinen was war denn der scheiß ok da bewegt einer wieder die Lore sehr geil hä man wo sind die Feinde da weiß keiner ja sorry dass ich nur in Zoom-Modus rumlaufe aber naja ist dann halt aufgewählt ladet auch scheiß drauf laufe ich schnell hier so lang ist hier was ist hier wer kann man da durchschießen überhaupt ich glaube ja nicht ah da geht's raus ein kurzer Lack auf einmal kommt ein Pyromane ich weiß nicht was der hier sucht die Lore bewegt sich die ganze Zeit verteidige mal dein Geblut Mann 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 meine Fresse ich mag die Sniperklasse nicht ja genau weil ich nicht mit der klarkomme genau ne ich mag es überhaupt nicht so wirklich mit Snipern ich weiß nicht Snipern ist nicht so wirklich mein Ding na komm guck raus kann man durch die Wand schlafen kann man doch einfach gar nichts treffe oder so ja geil die Bombe Purt die Bombe die Bombe steht einfach da die Bombe hervorragend wir haben Bonusけ behalten wach Oh, ja!